So, wir befinden uns jetzt in einer grünen Gundel. Ja, Tino hat etwas feuchte Hose um seinen Penis Maximus. Halt die Klappe! Achtung, erste Stützer. Oh, Alter. Meine Fresse ist tief. Wie wir deutlich sehen können, geht es mit einer rasanten Geschwindigkeit zum Hexentanzplatz hoch. Unter uns ist die Bode. Ja, schön. Ja, nicht nachlassen mit der Geschwindigkeit. Ist das nach mit der Geschwindigkeit? Nein. Nein. Eine Minute sind wir jetzt unterwegs. Ich komme mir voll wie bei einer Vorschule praktisch, ey. Ist alles halb so schlimm. Und heute Abend haben wir dann bestimmt eine rote. Beziehungsweise morgen. Naja. Mensch, ich kann mal froh sein, dass hier nicht so voll ist. Anderthalb Minuten? Alter, geil. Ganz total. Gut, das kommt die Fresse. Jupp. Jetzt geben sie wieder ein bisschen mehr Speed. Haben sie doch nachgelassen mit der Geschwindigkeit. Gerade habe ich dich gefragt. Nein. Das merkt sie ja nicht so. Und verdammt laufruig ist nie. Achtung, zweite Stützer. Oh, ist aber schon so weit oben. Gott sei Dank. Jupp. Zweiter Überläufer kommt jetzt. Wie man es deutlich hören kann. Wow. Oh, hier, hier, hier. Zwei Minuten. Oh, die schaukelt. Schön. Jetzt ist denn eine Ruhe. Na, Osttrap ist ohne Schluss. Dritter, vierter Überläufer. Das ist zu viel, ja. Ja. Oh, 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 oh. Und wir fahren ein in die Bergstation. Nach zweieinhalb Minuten. Oh, 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 oh. Und man sieht uns, ja. Oh, oh. Vielen Dank.